Der Titelverteidiger, Startnummer 3, David Horvath, Startnummer 8, Marco Schätzing und Startnummer 10, Felix Klausmann. Die beiden letzten hatten eher eine Überraschung, dass sie fürs Finale qualifiziert haben, aber dennoch jetzt ganz spannender Sport. Großes Finale, Herren, 4. Deutsche Meisterschaft, die Mountainbike hier in Ortenberg. Auf, Felix, auf, 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 auf. Großes Finale. So, jetzt wird es fertig mit den Schiwi. Auf geht, Felix, auf, auf, auf. Komm, den Schiwi dann. Komm, hol's hier. Auf, Felix, auf, auf. Auf, Felix. Auf, Felix, auf, auf, alles. Das ist alles! Ab, Marco, jetzt zieh! Komm, Felix! Auf, Felix, auf! Drauf! Drauf! Und Felix, auf! Auf, Felix, auf! Auf, Felix! Drauf, Felix, drauf! Und jetzt, Felix, drauf! Alles, 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 alles! Felix, auf! Auf, Felix, auf! Auf, Felix, auf! Lass ihn nicht innen durch! Scheiße! Nein, Herr Spanne! Nein, Herr Spanne! Nein, Herr Spanne!